Jocera hat mit DairySafe ein Produkt entwickelt, welches den Landwirt bei der Bewältigung heutiger und zukünftiger Herausforderungen weiterbringen bzw. unterstützen kann. DairySafe soll Ketosen vor der Entstehung verhindern, damit der Landwirt eine deutliche Kostenersparnis hat. Wir füttern das Produkt seit einem halben Jahr und können jetzt schon feststellen, dass die Ketoseanfälligkeit unserer Tiere deutlich gesunken ist. Wir hatten vorher ca. 20 Prozent der Kühe, die Ketosen hatten und sind jetzt bei vier oder fünf Prozent. Die Kühe, die das Produkt gefressen haben, starten fitter in die Laktaktion mit weniger Krankheiten, die kalben und können einfach Milch geben. Es ist so, dass die Remotierungsrate, also die Anzahl der Tiere, die man jedes Jahr im Bestand ergänzen muss, in direkter Verbindung mit der Tiergesundheit steht. Normalerweise sollte die Bestandsergänzung eigentlich aufgrund von hohem Alter erfolgen oder aufgrund von Selektion bezüglich der Leistung. Dazu hat der Landwirt heutzutage aber oft gar keine Chance, da viele Tiere aufgrund von Krankheiten vorher abgehen, die aber oftmals wieder Folgeerkrankungen sind von Stoffwechselstörungen und dabei spielt die Ketose eigentlich mit die größte Rolle. Heutzutage, wo die Milchkühe eine extrem hohe Leistung haben, ist es fast unvermeidbar, dass sie eine negative Energiebilanz haben. Sie können gar nicht so viel Futter aufnehmen, wie sie eigentlich bräuchten. Um dieses Energiedefizit jetzt aufzufangen, wird im Organismus Fett eingeschmolzen. Aus diesem Fett werden in der Leber Ketonkörper gebildet und diese Ketonkörper können dann bestimmte Zellen mit Energie versorgen, auch wenn zu wenig Glucose vorhanden ist, damit die Funktionsfähigkeit gewährleistet ist. Schlimm wird es, wenn zu viel Fett in Ketonkörper umgewandelt werden muss, weil es nicht anderweitig verstopft wechselt werden kann. Das führt zu einer massiven Leberbelastung, damit auch zu einem enormen Stress im Organismus, zu entzündlichen Prozessen und daraus resultierend kommen dann Folgeerkrankungen, aufgrund dessen die Tiere am Ende dann abgehen müssen. Mit dem Wirkstoffpaket LSP setzt DairySafe dabei an unterschiedlichen Stoffwechselprozessen an. DairySafe sorgt dafür, dass überschüssige Fettsäuren über die Milch aus der Kuh herausgeschleust werden. Auf der anderen Seite sorgt es dafür, dass die Glucoseneubildung erhöht wird und wir am Ende eine bessere Fettverbrennung im Organismus haben. Das Ergebnis ist eine gesunde, robuste und leistungsbereite Kuh mit einer hohen Nutzungstauer. Das bestätigen uns auch Landwirte. Seitdem wir das Produkt einsetzen, sind die Tierarztkosten im Fresh-Cow-Bereich deutlich gesunken. Die Gebärmutterentzündungen sind weniger geworden, unsere Kühe haben weniger Milchfieber, die Einsatzleistungen sind gestiegen. Ich würde DairySafe auf jeden Fall den Berufskollegen weiterempfehlen. Seit wir das Produkt einsetzen, macht der Fresh-Cow-Bereich einfach wieder Spaß.